Yeah! Geil, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Menere Metastasis. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, wir müssen irgendwie den Stecker da oben rauskriegen. Wir hatten die Idee mit den Kisten und das werden wir jetzt nochmal ausprobieren. Gut, ähm... Zwei Kisten reicht wahrscheinlich nicht, ich staue, ich... Hast du schon mal versucht drauf zu schießen? Äh, mit welcher Waffe denn? Oh, stimmt das, ja keiner, sorry. Ich kann's vergessen. Ach, die Kisten stehen jetzt falsch. Ich lade einfach nochmal. Man. Ja, geil. So, jetzt. Alles dann. Hast du einen Timer? Ja, ich hab einen Timer. Gut. Okay. Okay. Das wär's fast gewesen. Hat auch schon mal so geklappt. Nein! Bleibst du stehen. Scheiß Kisten. Die regen mich so auf, ey. Mann! Vorhin hat's doch geklappt. Bei der Probeaufnahme. Ultimatives Kistensterben. So in etwa. Rauchen kann tödlich sein. Ja. Aber der Weg zur Lunge muss geteert sein, damit der Krebs nicht stolpert. Legt mich doch! Ich melde mich gleich zurück, wenn ich's endlich schaffe. Gut. Wir sind nah dran mit einer neuen Anordnung von Kisten. Yeah. Super. Schaffung. Yeah. Endlich. Geil. Und jetzt schmeiß ich das Ding dagegen. Geil, ne? Teil der Sache. Hä? Was war das für ein abgeschafft? Munition ohne Waffen. Cool. Das bringt mir so viel gerade. Knopf drücken. Yeah. Was passiert jetzt? Bitte sagen mir, es passiert was Gutes. Bitte sag mir. Bitte sag's mir. Oh. Ich hätte vielleicht mal danach gucken sollen. Aha. Okay. Gut. Ähm. Was auch immer jetzt passiert ist. Die Waffenschränke aufgehen. Aufgehen. Nein. 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 Ihr dürft mich einfach nicht töten. Nein. Das geht immer noch nicht. Gut. Werden wir uns was anderes überlegen. Bitte Stalker, spackt jetzt nicht schon wieder ab, ey. Ach nein, die sind glaube ich jetzt hinter den Gittern oder so. Das ist gut möglich. Ich weiß es nicht. Und deswegen spacken wir jetzt ab. Okay. Okay. Was geht denn hier ab? Hm. Man weiß es nicht. Stalker, spacken wir irgendwie gar nicht ab. Warum? Wow. Ich höre irgendwelche Raketen. Nein. 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 Ich will nicht schlagen, aber es geht nicht. Ich brauche wohl irgendeine Waffe. Nein. Tot. Okay. Neck. Okay. Okay. Warum? 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 Wo muss ich denn bitte hin? Ich weiß es nicht. Man weiß gar nichts hier in diesem Spiel. Los, komm. Mach mal auf oder so. Oder irgendwie. Aber lass mich leben. Ah, kann ich da jetzt runter oder was? Hm. Ich bin auch ein Blindfischer. Gut. Aber das sieht man gar nicht beim ersten Mal. 30 Sekunden bis zur Singularität. Was? 30 Sekunden bis zur Singularität? What the fuck? Nein. Nein. Gleich stirbt hier alles. Bahnstuhl rot. 15 Sekunden bis zur Singularität. 15 Sekunden bis zur... Hä? Bleib einfach da am Eingang stehen. Bleib einfach hier stehen. Denn gleich kommt hier super Singularität. Yeah. Geil, ne? Oh, scheiße. Was habe ich getan? Okay. Gleich kommt hier super Stär... Waaah! Waaah! Oh, scheiße, man. Das ist nicht lustig. Ich finde das nicht komisch. Ah, scheiße. Das habe ich nicht wirklich erwartet. Äh, wirklich nicht erwartet. Ich kenne diesen Ort und es ist zwingend erforderlich, dass du das Portal schließt und die dazugehörigen Gerätschaften so Menschen verachten schnell wie möglich zerstörst. Bitte stirbt mir jetzt nicht weg. Ich brauche dich. Wie denn? Ich kann hier nirgends lang. Da, la. Yeah, geil. Jetzt macht hier super Bing, Bing. Ähm, kann es sein, dass du die automatische Skype-Audio-Einstellung an hast? Hm, weiß ich nicht. Wieso bin ich wieder leise? Ähm, naja. Lass mich dir mal kurz etwas erklären. Du in deinem Gorgonen-Nest gefangener, recycelter Kadaver ohne deinen glänzenden Schild, die Flugsandalen und den Tarnumhang bist du nur ein kleiner, dummer, ferngesteuerter Gefreiter mit herausgerissener Kehle. Aber du findest dich genau in der Position, um nun etwas zu verändern zu können. Du bist derjenige, der Sand in das Getriebe des schmutzigen Werks unseres Wohltäters steut. So, nun zerstöre etwas sofort. Nein! Nein! Die Stalker spacken schon wieder ab. Das ist nicht gut. Okay. Werfe ich das da einfach mal unten rein. Nein! So war das natürlich nicht geplant. Ähm, aber gut. Jo, ich schau mal schnell in den Optionen, ne? Ah, automatische Sound-Einstellung aktivieren. Ha! Nein, nein, sie soll aus! Sie soll aus! Ja, ja, hab ich schon gemerkt. So gut von der Lautstärke? Ja, mehr oder weniger. Dreh ein bisschen hoch. Okay, gut. Moment, Moment, Moment. So, jetzt. Hörst du mich jetzt gut? Ja, ich hör dich ganz gut. Gut, wunderbar. Super, ne? Soll ich da noch mehr Kisten reinwerfen? Gut, dann werfe ich. Erstmal hole ich mir ein bisschen Leben hier. Und natürlich erstmal abspeichern hier. Geile Sache. Geile Kacke hier. Äh, äh, nein, nein, nein. Lass das nicht zu jetzt. Rein da. Gut. Jetzt kommen gleich die Super... Nein, die Schwibbelteile kommen raus. Scheiße, ne? Können die Stalker die Kiste kaputt machen? Mach doch die Kiste kaputt, Mann. Nein. Das geht leider nicht. Wahrscheinlich nicht. Scheiße, ne? Scheiße gelaufen hier. Okay, und jetzt? Soll ich da noch mehr reinwerfen? Nein. Das ist... tot. Das war keine gute Idee. Gut. Ähm, ich hab immer noch keine Waffe. Das ist sehr, sehr schlecht. Vorne war noch so ein komischer Strahl. Vielleicht kannst du es da reinwerfen. Da, nein, da ist ein Gitter davor. Das kann doch wohl nicht so schwer sein, eine scheiß Kiste zu zerstören. Also, kann ich jetzt hier vorbei, oder was? Ja, gut. Das kann ich. Ähm. Ja! Geil! 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 Und jetzt? Ja, endlich wieder ne Waffe. Geile Kacke hier. So. Naja. Ich hätte die Kisten... Schieß doch einfach auf den Stecker. Jo, zum Beispiel. Bäh! Okay. Steht... Stimmt. Stimmt jetzt alles? Ich schätze, die Situation ist doch nicht ganz hoffnungslos. Nun, mit dieser achtlos zurückgelassenen Waffe und Munition hast du eventuell eine Chance, unsere Welt zu retten. Begebe dich zurück zum Hauptschacht und schaue, ob du da noch etwas anderes zerstören kannst. Los! Fang an! So. Ihr habt mich so genervt! Ihr habt so genervt! Gut, jetzt lade ich nach und gehe zurück und hole mir noch ein bisschen Muni. Geil, ne? Ui. Cool. Geile Kacke hier. Nein! Weißt du was? Das ist ein sehr schöner Tag zum Sterben, beziehungsweise um das Video zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Noo.